Moin, mein Name ist Tils Zodone und mein Setup hat schon bessere Tage gesehen und deshalb gehen wir jetzt mal rein und ich zeige euch, was ich mir so runterschraube und kommt einfach mal mit. So, ich habe mir jetzt hier mein Setup zusammengesucht, Stereo und Deck, dazu ein Grip Tape, Pwns, Bearrings, Pwns Rollen, Montagesatz und die neuen Tidus Lights. So, zuallererst braucht ihr jetzt mal das Deck, dann geht's los, Folie, abschneiden, darauf kommt jetzt das Grip Tape, das ist ein Anti-Bubble Grip Tape, das heißt, da sind ein paar Löcher drin. Damit da keine Blame entsteht, sondern einfach draufkleben, draufdrücken. So, mit dem Cuttermesser schneide das an vier Stellen an. Okay, erstmal damit ihr gleich eine gute Linie hat zum Schneiden mit dem Cuttermesser. Das Grau ist quasi die Linie, wo ihr jetzt mit dem Cuttermesser lang geht, um die ganzen Reste vom Grip Tape abzuschneiden. Und einfach hier einmal so lang gehen. Ich nehme immer noch so einen Rest vom Grip Tape und gehe hier nochmal so lang, damit da nichts übersteht. So, ich nehme jetzt hier aus meinem Schraubsatz den Inbusschlüssel und steche es dann hier einmal durch, damit ich nachher weiß, wo ich die Achse montieren muss. Da es ja eh ein Anti-Bubble Grip Tape ist, sind hier eh keine Blasen drin. Falls ihr Blasen habt, beim normalen Grip Tape, einfach Cuttermesser nehmen und reinstechen. So, im Schraubsatz, der hat acht Schrauben, in diesem Fall Inbuss, gibt es aber auch als Kreuz. Da sind meistens zwei Silberne oder zwei Weiße oder irgendwas bei. Die Silbernen tue ich immer nach vorne, damit es weiß, wo vorne und hinten ist. Und hier. So, und da kommen jetzt die Achsen dran. Die Duslites Achse packe ich jetzt hier auf die Schrauben, packe die Muttern drauf, damit die auch schön fest sind gleich. Das ist genau dasselbe. Auch die Duslites eigentlich dieselbe Achse. So, das Ganze wird nur festgezogen, dafür nehmen wir den Skate Key. Der 10er Schlüssel, der passt hier um perfekt dran. Hier das Ganze fest. Nicht zu fest, weil es bricht schnell. Quasi so, dass die Schraube ein bisschen übersteht. Fertig. Achsen dann fest. Wackelt nichts. Alles gut. Acht Kugellager für jede Rolle zwei Stück. Vier Rollen. Jetzt nehmt ihr hier die eine Schraube ab. Nehmt euch die Kugellager, packt ihr auf den Axtstift. Nehmt euch eine Rolle. Drückt die da einmal so rauf, dass es fest drin ist. Was ihr mit dem zweiten Kugellager auch noch so. Und das jetzt bei allen vier Rollen. Das sieht dann so aus. Kann mir nicht dazu noch ran geschraubt werden. Ich hab am liebsten weiße Rollen, deswegen pack ich das Motiv so in die Innenseite, dass ich von außen nur noch die weiße Rolle sehe. Einfach die Mutter drauf. Und festziehen. So, das war's. Fertig ist euer Setup. Beziehungsweise meins. Wie ihr gesehen habt, das ist ein Stereo Deck. Ein 825er. Ich fahr lieber ein bisschen breitere Boards. Weil ich momentan versuche so ein bisschen Mini-Ramp und ein bisschen Street zu kombinieren. Also beides so ein bisschen zu machen. Und ja, breitere Boards sind eh eigentlich besser. So für Bowl, Halfpipe, Mini-Ramp und Streetfahrer fahren eigentlich irgendwie ein bisschen was Schmaleres. Ich fahr ein Stereo Board. Erstens, ja ich fahr für Stereo. Ich find's ne super geile Marke. Kommt aus Kalifornien. Vielleicht sagt der Name Jason Lee euch ein bisschen was. Das ist der Gründer von Stereo. Der ist auch Schauspieler. Bei, ich glaub, Elvin des Chipmunks mitgespielt. Bei My Name is Ur bei dieser Serie mitgespielt. Und ja, die Produkte sind Hammer. Die Decks sind super gut. Dann haben wir Cheetos Lights Achsen hier. Die gibt's jetzt ungefähr seit zwei Jahren. Das ist halt ne Produktion aus eigenem Hause quasi. Die kommen direkt mit diesen Bones Bushings. Das heißt, ihr habt ein super gutes Lenkverhalten. Direkt am Start. Und haben hier ein kleines Loch drin. Das heißt, der Kingpin ist quasi hohl. Dadurch wird die ganze Achse stabiler. Weil sich der Punkt, also der Schwerpunkt einfach verschiebt. Und wir haben einiges leichter, deswegen auch Lights. Da fahr ich die 5,3er. Passend zum Board, also schön breit. 5,0 ist ungefähr so für 7,75er bis 8, würd ich sagen. Und darüber hinaus, würd ich auf jeden Fall 5,3er empfehlen. Kommen wir zu den Rollen. Ich hab zwei Bones Rollen. In der Größe 53mm. Das ist so eigentlich für mich optimal, halt zum Street fahren. Ich glaub so ab 55, sobald's ein bisschen größer wird, ist alles eher so in den Halfpipe-Bowl-Bereich. Und äh, ja die 53mm, mit denen komm ich eigentlich perfekt zurecht. Fahr die eigentlich schon ein Leben lang immer 53mm und damit noch nie Probleme gehabt beim Streetfahren. Das sind STF Rollen. STF bedeutet Street Tech Formula. Das ist einfach so momentan so ziemlich das Angesagte oder das beliebteste bei Skatern, was es eigentlich so momentan auf dem Markt gibt. Weil die einfach keinen einzigen Flat-Sport kriegen. Die sind super Flat-Sports resistent. Des Weiteren hab ich noch so, auch aus dem Hause Bones. Bones B-Rings. Also die Kugellager. Ähm, kommen aus derselben Schmiede quasi. Und Bones gehört eigentlich zu Paul und Peralta. Was den älteren von euch noch ein bisschen was sagen sollte. Das ist eine lange Geschichte, die testen ihre Produkte so ausgiebig, wie es halt nur geht. Und bringen dafür halt auch echt immer die besten Sachen auf dem Markt. So, ja als gesponserter Skater hat man eigentlich auch so ein bisschen Verantwortung gegenüber seinen Sponsoren. Da man halt nicht immer nur Klamotten, also wenn man mehrere Sponsoren hat, ist es schwer von allen Sponsoren irgendwie Klamotten gleichzeitig zu tragen. Deshalb gibt es halt Stigger, die bei gesponserten Skater eigentlich muss sind. Die man sich dann aufs Bord klebt. Um halt so ein bisschen zu representen. Hier ist zum Beispiel Titus, da wo wir gerade aus sind. Der Laden für den ich fahre. So sieht jetzt mein Setup aus. Und jetzt testen wir das Ganze mal. Wir fangen gleich mal nach Osnabrück. In die Skater, da es leider eine dobe Jahreszeit momentan ist und wir draußen nicht mehr fahren können. Und ja, unterziehen dem Ganzen mal. den Produkttest. So, bis gleich. Ja, wie ihr gesehen habt, das ist echt immer gut. Die Bord ist super. Ich bin zufrieden. Das hat euch jetzt jedem selber überlassen, was für eine Breite erfährt, welche Rollen, Größe wie auch immer. Für mich ist das perfekte Setup und ich hoffe euch hat es gefallen. Tschö! Bis zum nächsten Mal. Tschö! 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 Vielen Dank.